Ich erinnere mich schon seit 1986. Als ich das Arbeit hier in 1987 angefangen habe, habe ich schon gesehen. Jetzt hat er ein bisschen verbreitet. Es gibt hier in Wurzen einen Sprayer, der sich darauf beschränkt, Plakate, die seiner Meinung nach unkeusch sind, zu übersprayen. Ich erinnere mich schon seit Mitteilung in 2020. Es ist eine schöne Zeit, dass wir uns gute Sachen erlebt haben. Ich brauche dadurch.